Hallö, 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 lö, 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 eine weitere Folge von mir in Star Wars Auto. So, vorweg erstmal, sorry dafür, in der letzten Folge, beziehungsweise die Folge davor auch, glaube ich, Pi mal Daumen zur Hälfte, ist mein Mikrofon-Audio weg. Ich konnte es nicht wiederherstellen, einfach mittendrin in der Aufnahmesession ausgefallen, Anzeige war da, keine Ahnung, ist jetzt auch egal, weiter geht's. Beim letzten Mal bin ich ungefähr fünf Meter hinter mir, leider sieht man das jetzt nicht mehr, stehen geblieben. Und zwar, warte mal, wir gehen mal in den Foto-Modus rein, genau, da, und ich habe leider irgendwie hier aus, was ich nochmal den Jump gemacht, und jetzt hänge ich hier. Also, ihr habt nichts verpasst. Jetzt Dürfen wir Hier rüber krabbeln Und das Schöne ist, ja Das erinnert mich hier Ein wenig an Assassin's Creed Okay, hättest du das so sagen? Also, dieses Krabbeln Wie läuft's? Naja, ein Hyperantrieb braucht nicht wirklich einen Nav-Computer, um zu funktionieren, oder? Wenn es dir nichts ausmacht, in einem schwarzen Loch zu enden? Nein Toll! Ich nehme an, zur Brücke ist es noch ein ganzes Stück Hey, wenn es einfach wäre, wäre der Computer längst weg So, und wir sind da irgendwo hin So, Transpiral-Stahl haben wir gefunden Da ist übrigens nix Da müssen wir hin So Hier noch irgendwas? Nein, ne? Schwing rüber! Oh! Ich stehe auch nicht mehr rum Das war aber knapp Das Ding ist riesig Wie soll ich rausfinden, wo die Brücke ist? Ja, bevor Und dann hat es mich ein bisschen mit dem Foto-Bodus Hätte ich beinahe gesagt Äh Oh, Fotos So Sorry dafür, Leute Aber Kann sein Okay Ich habe auf der Xbox Das kleine Problem beim Abseilen Oh Gott Oh Gott Hab ich mich veröffnet Ach, Wacka Das Ding fällt total auseinander Warum glaubst du, haben wir aufgehört, das auszuschlachten? Niemand dachte, dass sich das Risiko lohnt Außer dir Es ist ein kalkulierbares Risiko Und ich kann gut rechnen Mhm 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 Je war das Nei Ich war das Ja das ist richtig nice ne ich hätte natürlich auch der galaktische kredit okay riechst du was nix fand anium haben wir jetzt auch durastahl ja den brauchen wir irgendwie lasst ihr von nix mithilfe interaktive elemente in der nähe zu offenbaren das ist mir schon klar ja wahrscheinlich auch das sollte okay okay da lang irgendwie auch sehr interessant das erinnert mich total als assassin's creed 2 übrigens im in dann bin ich was hast du gefunden nix ich habe gerade gar nix jetzt nix jetzt nix ich finde ja den weg zur brücke ist da was was ich habe aber irgendwie das gefühl na kumpel was gewittert das ist ja richtig geiles feeling das ist wie auch in der in den maya tempeln in assassin's creed black flag so ja ja was ja das ist ja , was ist ja 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 ein bisschen zu früh ja 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 Hier muss ich erstmal kommen, ne? Und noch im Kern war nämlich auch noch was. Oh. Ja, kommen wir doch weiter. Okay. Hier funktioniert das. Wie es aussieht, ist der Weg zur Brücke versperrt. Hm, vielleicht, wenn wir den Reaktor anwerfen. Ich brauche den Energiezettel. Alter galaktischer Credit. Schrägschicht 5. Schrägschicht 5. Alles mitnehmen. Quandanium. Hm. Hm. Ich muss das Schiff irgendwie mit Energie versorgen. Ich glaube, ich bin irgendwo am Reaktor. Das ist wohl die beste Möglichkeit. Du musst ihn vermutlich schrittweise aktivieren. Von unten nach oben. Wenn er überhaupt noch funktioniert. Okay. Also muss ich da doch rüber laufen. Ich habe echt gedacht, ich muss da oben so hinkrapseln, ne? Das ist ja auch nix. Da ist noch was. Oh, hier ist auch noch was versteckt. So. Das Ding ist jetzt übrigens, wie komme ich da drüben hoch? Ja, das meine ich nämlich. Da ist irgendetwas broken. Höh. Was? Bitte sch- Oh. Wacker, ich muss das Schiff irgendwie mit Energie versorgen. Ich glaube, ich bin irgendwo am Reaktor. Hm. Das ist wohl die beste Möglichkeit. Du musst ihn vermutlich schrittweise aktivieren. Von unten nach oben. Wenn er überhaupt noch funktioniert. So. Oh. Das war mein Problem gerade. Mal eine Frage. Bevor ich das jetzt mache. Wie komme ich da rauf? Dass ich das Ding anknipsen kann. Na gut. Das wär mir schon mal vor. Ah. Okay. Okay. Alter, hier bloß nicht daneben laufen und wieder runterfallen. Ich würd' ja mal interessieren. Da oben ist der Augenteil. Da. Was ist das denn? Was ist das denn? Gut. Gut. Ich glaube, wir müssen da hochklettern. Okay. Das ist ja geil. Oh, das gefällt mir. Zeitgesteuerte. Da musst du auch wenigstens mal ein bisschen... ...Power machen, hätte ich beinahe gesagt. Die sind schon ein bisschen komisch. Danke. Da war der Eggert wieder, ne? Ich glaube, der ist wieder da unten, ne? Warte mal. Krieg ich das hin? Äh. Ja, ja. Sorry. Oh. Kommer was. Ja. Das war, glaube ich, taktisch unklug, was ich gerade gemacht habe. Das wollte ich aber gar nicht. So, wir kommen überhaupt noch hin. Jetzt, wo gefühlt alles hier unter Strom steht. All right, check this. Oh. So. Oh. Waren da jetzt. Das war eben gerade nicht geplant. Na Kumpel, was gewittert? Was haben wir denn hier? Da braucht die Energiezelle. Hier wäre eine Ionzelle. Überzugreifen. Daten übertragen. Ich habe es geschafft. Ich arbeite jetzt den dritten Monat auf der Kastellan und ich kann es kaum glauben, dass ich hier bin. Wartungspersonal darf für gewöhnlich die Brücke nicht betreten, aber ich hatte die Gelegenheit, hier heraufzukommen, weil ich eine Konsole austauschen musste. Die Aussicht ist atemberaubend. Mir wurde gesagt, dass wir vielleicht sogar einen Zwischenstopp auf der Starlight Station einlegen. Nicht schlecht für einen kleinen Techniker von Pastoria. Ja. Hm. Wacka, ich glaube, ich bin gleich da. Mhm. Das ist toll. Ja. Geht's dir gut? Hä? Oh, ja. Ich reparier nur die Bahnbrecher. Beeil dich, ja? Ja. Ich nehm' hier hin. Jaho. was hast du gefunden da ist eine kiste verbessert der durastall irgendwie muss man doch den lift rufen kann ja schon klar aber dann wieder überhaupt jetzt lang ich glaube nicht ach doch wir müssen da lang ist mir einiges klar das ist nicht automatisch oder was okay den habe ich gesucht gerade, sorry hoffentlich lohnt sich das okay weiter oh das hätte aber weh getan ja bitte nicht runterfallen alter verwalter jetzt bin ich ja mal gespannt da ist alles ich bin da ja perfekt der computer ist in der konsole warum warum ist da was warum sind die sachen hier was hast du gefunden nix ja warum kann er das hochjagen hier ist überall was zum hochjagen das ist doch hier nicht im grunt sorry wenn ich das erstmal so sage ne ok jetzt bin ich ja mal gespannt ich krieg das nicht auf braucht für eine autorisierung das ist klar autorisierung gewährt jetzt muss ich nur noch den computer schnappen und die sind von serik bash wie haben die uns gefunden der ex verkrieg dich Und ja. Und ja. Irgendwann stimmt dir nicht nix. Nehmen wir uns das Ding und verschwinden. Sofort. Das sieht aus wie ein Nav-Computer. Sei nicht sauer, Kay. Ich mein, ich wusste, was sie braucht. Sie hat viel durchgemacht. Ich hab sie repariert. Du willst mich töten für ein Schiff? Für die Bahnbrecher. Sarek Besh wollte dich lebendig. Aber das ist mir zu riskant. Sehe ich auch so. Vale, oder? Falls es um Slyros Schiff oder die Rebellen geht, das ist alles nur ein Missverständnis. Mir egal. Ach, hörst du doch zumindest mal an? Nix! Lauf! Oh Gott, ich bin einfach nur auf das Verfangen gerade gesprungen. Oh! Hört mal! Ihr habt die Falsche! Oh! Sirik Besh hat uns gefunden! Na los doch! Dank. Achso, sorry. Ich sagte, lauf. Nein, nein, wir müssen hier aus. Lauf weiter. Wir springen irgendwo. Oh Gott. Oh Gott, ich kann die Lenkung nicht, aber ey. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was, wenn dieser Droide noch ein Jäger ist, der hinter meinem Kopf geht her. Ist das so hoch? Wie in eines gestohlenen Schlips? Diese Bail hätte uns fast gekriegt Wir müssen das Todesmal loswerden Und zwar schnell Und weiter geht's hier Spricht mit dem Rennfahrer Oh, ich bin der Logen Okay Okay Ich habe einen Baum hängen. Ich kriege die Motten hier. Foto Modus, da haben wir die Foto von Machen, so. So, mit der Szene lasse ich euch jetzt so gesehen stehen, sprich hier ist die Folge zu Ende.